AfD-Thüring-Chef Björn Höcke gewinnt einen wichtigen Rechtsstreit, denn die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. In welchem Verfahren? Gucken wir uns in diesem Video an. Lächerlicher konnte es nicht sein. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli, los geht's. Und wir sehen hier einmal die Schlagzeile in der JF, heißt es nämlich, keine Volksverhetzung. Ermittlungen gegen Thüringer AfD-Spitze wegen Landschaftsgedicht eingestellt. Und einige von euch werden sich erinnern, das ist mehrere Monate schon her. Ich hatte seinerzeit auch darüber berichtet, dass nämlich, hier sehen wir das in der Nachricht aus dem Anfang August, also schon drei Monate her, wegen Landschaftsgedicht, Grünen-Politiker, zeigt Höcke wegen Volksverhetzung an. Und der Mann hatte das selber bekannt gegeben, auch hier auf seiner Ex-Seite. Und da sehen wir das Ganze nämlich, ich zitiere, ich habe Strafanzeige gegen Björn Höcke und Stefan Möller gestellt, wegen Volksverhetzung. Die Hashtag NoAfD geht strategisch trickreich, juristisch raviniert und planvoll vor. Das kann kein Grund sein, sich nicht zur Wehr zu setzen. Wie auch sowieso und sowieso immer betont, worum es geht im Video und so weiter. Und das ist ganz interessant, dieser Punkt. Denn wenn wir uns diese Nachricht hier aus dem August auch dazu nochmal genauer angucken, Es ist nämlich niemand Geringeres hier in Erfurt. Der thüringische Umweltminister Bernhard Stengele von den Grünen hat die beiden AfD-Landeschefs angezeigt, wegen Volksverhetzung. Die von dem Grünen-Politiker-Beauftragte-Anwaltskanzlei argumentiert damit, dass die AfD in dem Programm zur Thüringer Landtagswahl ein Lied des Lyrikers Franz Langenheinrich zitiert hat. Der Liedermacher sei glühender Nationalist und Teil der deutschen Kunstgesellschaft gewesen, heißt es hier. Also man muss schon viel Fantasie haben, so empfinde ich das, um hier irgendwelche Bezüge zu sehen in Ähnliches. Und wir gucken uns das auch nochmal an. Die zehn Thesen der Landtagswahl 2024 hieß es hier, auf der offiziellen Seite von den jeweiligen Parteien. Und wenn wir uns das hier angucken, sehen wir nämlich von der AfD, können wir auch gerne nochmal ins Impressum reingucken, ganz offizielle Seite, Thüringen-Bündnis-Landeswahl ist die AfD-Thüringen in Erfurt sitzend. Und dementsprechend ist ja hier das offizielle Wahlprogramm veröffentlicht worden von der Alternative. 148 Seiten. So, erste Seite der Osten macht's, alles für Thüringen. Dieses Logo kennen auch ganz viele in den Deutschlandfarben. Wahlprogramm und so weiter. Und direkt, wenn wir jetzt hier reinmachen, sehen wir das direkt hier rechts auf der Seite. Für Thüringen. Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder. Hoch vom Rennsteig stieg euren Sang. Wiegt ihr noch durch goldene Felder euren hohen Feierklang. Saale. Oh, du Sagenquelle. Spiegelst du noch immer helle Berg und Burg und Rebenhang. Und so weiter. Wisst ihr? Das ist dann hier ein Vortrag. Wie steht's ja unten? Nach dem Volkslied Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder. Von Franz Langenheinrich 1864 bis 1945 gelebt. Ein Gedicht der deutschen Geschichte soll rechtlich kritisch sein? Volksverhetzung bedeuten? Das ist wirklich unfassbar. Also ich frage mich allen Ernstes, wie kommt man auf solche Ideen? Was muss laufen, um solche Ideen zu haben? Aber gut, wir können uns das Ganze angucken. Der Herr Stengele hatte das Ganze ja selber bei Ex gepostet. Bernhard Stengele, privat, vertreten durch seine Rechtsanwälte, Würzburg und so weiter, stellt Strafanzeige. Der Grund, hier sehen wir das, das ist ja nochmal der Link, Thüringer Landtagswahl für Brandenburg, sorry, Brandenburg, sag schon, für Thüringen, für die AfD und so weiter. Hier für Thüringen, rauscht ihr noch, ihr alten Wälder, um zu grüßen, Heimat auf mein weißes Haar und so weiter. Und dann heißt es hier, Langheirich war Teil der nationalistischen deutschen Kunstgesellschaft, welche 1920 von völkischen Künstlern mit dem Ziel gegründet wurde, für eine Rheindeutsche sowie gegen eine Verrottung der Kunst einzutreten. Die Kunstgesellschaft ordnete Kunst mit biologistischen Zuschreibungen als Rassereien oder Art fremd ein. Und so weiter und so fort. Also nochmal, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man da hingeht und so etwas macht. Aber offensichtlich auch nicht unsere Staatsanwalt, denn, unsere Staatsanwaltschaft, die in Erdfurt, hat es nämlich abgelehnt, jetzt Ermittlungen wegen der Volksverhetzung gegen die Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke und Möller einzuleiten. Also ein glasklarer Sieg hier für die Meinungsfreiheit und für Deutschland und auch für die Alternative, sodass die nämlich klipp und klar sagen können, das ist nicht Volksverhetzung, das ist ein deutsches Gedicht. Und da muss man nicht was reininterpretieren und man muss nicht jemandem irgendetwas hier unterstellen oder sonst etwas. Also von daher heißt es hier weiterhin nämlich noch, dass nämlich hier aus dem Jahr 1912 im AfD-Programm für die Landtagswahl den Paragrafen 130 Strafgesetzbuch verwirklicht sah. Die Staatsanwaltschaft halte nun mit, es liege kein Gesetzesverstoß vor, berichtet die Nachrichtenagentur dpa, wie es hier heißt. Die AfD geht hier knallhart ins Gericht mit dem Herrn Stengele und sagt, AfD nennt Anzeige Missbrauch der Justiz. Also ein ganz klarer, wie auch immer man es nennen möchte, was jetzt hier von der AfD gesagt wird. Ich finde es berechtigt, hier Zitat, durch den Abbruch des Liedtextes sowie, Abdruck, Verzeihung, des Liedtextes, sowie die namentliche Nennung des Autors, Langenheinrich, habe die Beschuldigten als Vertreter des Landesverbandes Thüringen, der AfD, den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch gestört, dass sie die nationalistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Interpretation ist. Zwar räumt die Anwaltskanzlei selbst ein, der Liedtext sei, Zitat, an sich noch unverfänglich, allenfalls rührselig, romantisch. Jedoch handle er von schönen Thüringer Landschaften und sei in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Langenheinrichs Volkslied wurde von mehreren Komponisten vertont. Das kannst du dir wirklich beim besten Willen nicht mehr ausdenken. Wieso gehen diese Leute immer und immer wieder genau so vor, wie sie es tun und scheitern jedes Mal wieder aufs Neue? Offensichtlich. Mit solchen haltlosen Unterstellungen. Der AfD-Landesverband hatte die Anzeige als Missbrauch der Justiz bezeichnet, wie gerade gesagt. Es handele sich dabei um einen Versuch des grünen Spitzenkandidaten Stengele, Zitat, seinen eigenen Bekanntheitsgrad auf Kosten der AfD zu steigern. Ihr könnt ja mal reinschreiben, kanntet ihr den Herrn Stengele oder kennt ihr ihn erst seit dieser Aktion? Ich persönlich kenne ihn tatsächlich wirklich erst seit dieser Aktion. Und am Gedicht Langenhein ist da nichts, aber auch gar nichts Verwerfliches oder gar Volksverhetzendes zu erkennen. Und das sehe ich wirklich ganz genauso. Und ich bin froh, dass ich hier darüber berichten kann, dass die Staatsanwaltschaft das genauso interpretiert hat und sagt, nein, das ist Unsinn, das liegt hier nicht vor. Oder eine Volksverhetzung, das muss man sich mal vorstellen, wegen einem Lied, das ein Dichter gemacht hat, das jetzt hier versucht wird, in eine Richtung oder die Person in eine Richtung zu stellen. Hat man nichts Besseres zu tun im lieben schönen Thüringen, Leute? Gibt es nichts Wichtigeres, was gerade in Thüringen abläuft oder auch schon vor Monaten, dass es dort wichtiger wäre, sich mal um die richtigen, wichtigen Dinge zu kümmern? Aber wenn wir uns nochmal die aktuelle Sitzverteilung nach den Wahlen in Thüringen ansehen, sind solche Vorgehensweisen meiner Meinung nach bestimmt auch mit dafür verantwortlich, dass Grüne aus dem Parlament rausgeflogen sind. Ja, natürlich, das ist logische Konsequenz einer eben solchen Politik, die dort passiert ist. Ja, klar. Ich bin mal gespannt, was in Thüringen auch nebenbei gesagt weiter abgehen wird, bezüglich der Situation um die Koalitionsfindung, BSW, SPD und auch die CDU. Ich halte euch im Laufenden, schreibt es unten rein, seht ihr das ähnlich wie die Staatsanwaltschaft oder aber wie der Grünen-Politiker. Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen und ciao. Danke fürs Zuschauen.